Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mit diesem Kanal möchte ich darüber aufklären, wie Callcenter-Betrug abläuft. Mein Ziel ist es, möglichst viele Menschen zu erreichen, um Abzockversuche zu verhindern. Es gibt unzählige Callcenter, die mit hinterlistigen Tricks an euer Geld wollen. Gerade ältere Menschen, die oft allein sind und sich freuen, mal wieder jemanden zum Quatschen zu haben, sind davon betroffen. Allerdings breiten sich die Maschen der Betrüger in alle Richtungen aus und, naja, immer mehr jüngere Menschen sind nun auch Ziel geworden. Aktuell gibt es unfassbar viele Anrufe von unseriösen Trading-Webseiten, bei denen man meist 250 Euro einzahlen soll, um dann sein Geld nie wieder zu sehen. So läuft es ab. Heute mal ein kleines anderes Infovideo. Und zwar wollte ich mal wieder darauf eingehen, sicherlich der ein oder andere hat es schon gemerkt, das Beantworten der Kommentare auf diesem Kanal dauert leider immer etwas länger mittlerweile. Das liegt nicht daran, dass ich keine Lust habe, eure Kommentare zu beantworten, sondern schlichtweg an der Masse. Hierfür möchte ich mich einmal bei euch bedanken. Der Kanal, der wächst und wächst und wächst. Damit hätte ich natürlich zum Anfang des Kanals niemals gedacht, dass so viele Menschen sich für dieses Thema, das wir hier behandeln, überhaupt interessieren. Und somit ist es auf jeden Fall an der Zeit, nochmal ein dickes Danke an euch auszusprechen, dass ihr so dermaßen und extrem für den Kanal und für das Projekt da seid und somit eben auch das, was ich tue, hier unterstützt. Mittlerweile ist es nun schon so, dass ich pro Tag teilweise mehrere hundert Kommentare beantworte. Das schafft natürlich kein einzelner Mensch mehr. Und von daher möchte ich hier einmal um Verzeihung bitten, dass ich es nicht mehr so oft direkt zeitnah schaffe, eure Kommentare zu beantworten. Natürlich versuche ich es weiterhin, mir alle Kommentare von euch anzuschauen. Nur seht es mir hier bitte nach, wenn ich es nicht mehr bei jedem Kommentar schaffe. Ich gebe mir hier aber außerordentlich Mühe und es freut mich natürlich auch immer wieder. Denn letztendlich stehen in den Kommentaren ganz, ganz viele Verbesserungsvorschläge, die ich mir größtenteils alle auch aufschreibe. Und vor allem gibt es auch viele, viele Videoideen, die ihr immer mal wieder unter die Kommentare postet. So, dass ich mir hiervon immer mal wieder was notieren kann und das dann auch in meine Videos einbaue. Ansonsten würde ich gerne auch nochmal darauf eingehen, der ein oder andere schreibt hin und wieder mal in die Kommentare, dass die Werbung von YouTube ziemlich stört. Hier auch nochmal ein dickes Entschuldigung. Ich habe hier die Option gewählt bei der Monetarisierung von dem Kanal, dass YouTube hier die Arbeit komplett automatisch übernimmt. Warum habe ich das getan? Nun ja, es ist viel einfacher, wenn ich das von dem Algorithmus von YouTube durchführen lasse. Denn YouTube kennt euch am besten und YouTube weiß, wie viel Werbung jeder von euch eben so schaut. Es gibt Möglichkeiten, die Werbung für sich ganz abzuschalten. YouTube Premium nennt sich das Ganze und sorgt dafür, dass man bummelig mit 12 bis 15 Euro im Monat, je nachdem, was man für ein Angebot bekommt, dann eben gar keine Werbung mehr sieht. Ich weiß, das ist für jeden nicht das Richtige und kann das auch vollkommen nachvollziehen. Doch letztendlich die Telefonnummern für diesen Kanal und auch die Technik, die dahinter steckt, die kosten Geld und auch teilweise monatlich Geld. Und ich möchte natürlich auch immer wieder versuchen, die Qualität von diesem Kanal ein kleines Stückchen zu verbessern und auch die Schnitttechniken vielleicht irgendwann nochmal anzupassen. Momentan sind meine Videos ja doch recht einfach von der Technik her gehalten, wobei mein Computer trotzdem für so ein 30-Minuten-Video bis zu einer Stunde am Arbeiten ist. Also ich bin fertig mit dem Video, drücke auf Speichern und das dauert dann bis zu einer Stunde, bis dieses Video komplett gerendert und abgespeichert ist. Liegt ganz einfach daran, dass mein Rechner, mit dem ich hier arbeite, tatsächlich schon über 10 Jahre alt ist. Das ist tatsächlich nicht mal gelogen, wenn ihr das das ein oder andere Mal in den Videos hört. Der Rechner tut's, der Rechner arbeitet und der Rechner macht auch alles, was ich machen möchte. Allerdings brauche ich natürlich um mir einen neuen, vernünftigen Rechner, gerade was auch so Video-Livestreams angeht. Das kostet halt ein paar Euro und ein paar Euro mehr, als man die eben so beim Mediamarkt direkt mal fertig kaufen kann. Zumindest, wenn man mehrere Jahre mit diesem Computer arbeiten möchte, ohne dann schon wieder vor dem nächsten Rechnerkauf zu stehen, weil die Kiste halt einfach lahmarschig geworden ist. Und von daher habe ich einfach hier die Werbeeinblendung automatisch durch YouTube vornehmen lassen. Das ist vom Prinzip her auch viel, viel besser, als wenn ich das selbst manuell mit der Hand tue. Ich habe das Ganze hier bei ein, zwei Videos in der Vergangenheit auch selbst schon mal ausprobiert. Allerdings gerade hier fällt es dann den Zuschauern besonders in den Kommentaren auf, dass die Werbung ungünstig und nervig platziert ist. Von daher lasse ich das durch den YouTube-Algorithmus komplett selbst regeln, sodass ich hier eigentlich nur die Monetarisierung einschalte und der Rest vollkommen automatisch im Hintergrund läuft. Das heißt, ich entscheide nicht, wie viel Werbung kommt und wann sie in einem Video kommt. Dabei gibt es eine gewisse Regel von YouTube, es wird niemals mehr als ein Werbeblock in fünf Minuten kommen. Das ist für den einen oder anderen sicherlich ziemlich viel. Nur muss man hier auch verstehen, der Kanal ist noch ziemlich klein und, naja, reich werde ich damit nicht. Das ist natürlich auch nicht mein Ziel. Allerdings ist schon sehr wohl mein Ziel, mit dem Kanal den ein oder anderen Euro dazu zu verdienen, da das hier, das ganze Projekt hier ist ein Hobby. Ein Hobby, was nicht unbedingt gerade günstig ist. Und das möchte ich damit einfach finanzieren. Das heißt, ihr schaut euch die Werbung an, dafür bekommt ihr kostenlose Videos. Ich erhalte dafür eine kleine Provision von YouTube. Das ist tatsächlich eine kleine Provision. Also wir bewegen uns hier im Schnitt bei den Videos zwischen 10 und 30 Euro pro Video. Das aber auch nicht an einem Tag, sondern in der Zeit, wo das Video veröffentlicht ist. Natürlich kommt da immer noch ein bisschen was drauf. Aber umso älter so ein Video ist, umso weniger wird es auch geschaut. So ist es eben bei YouTube. Ich versuche hier mit euch auch möglichst transparent umzugehen, damit ihr eben auch versteht, was ich mir dabei denke, wenn ich das hier so im Hintergrund alles einstelle und was ich hier mache. Die Absicht ist hier natürlich nicht, dicke Beute mitzumachen. Die Absicht ist hinter diesem Kanal, wie ich es schon ganz zu Beginn einmal aus unserer Kanalbeschreibung vorgelesen habe, Menschen zu schützen, die eben auf sowas hier hereinfallen können, was wir auf dem Kanal betreiben oder eben auch besprechen. Was hier momentan sehr schade ist, ist, dass die Abwechslungsreichheit ist nicht besonders groß. Das liegt ganz einfach daran, dass die Trading-Betrüger momentan echt wirklich wahnsinnig überhand genommen haben. Und die Strom, Lotto und was es da sonst noch so alles gab mit Zeitschriften und irgendwelche angeblichen Gewinne, die rufen momentan einfach nicht so oft an. Auch wenn ich überall registriert bin und überall meine Daten hinterlegt sind, heißt es ja noch lange nicht, dass die auch eben gleich da die Daten kaufen werden. Das Ganze dauert immer ein bisschen, bis die sich da melden. Bei den Trading-Betrügern funktioniert das Ganze anders. Da kann ich selber steuern, wann die mich anrufen sollen. Habe ich mich einmal angemeldet, naja, dann hört es auf dieser Rufnummer zu dem Thema auch ewig nicht mehr aufzuklingeln. Allerdings kann ich es hier besser steuern. Hier kann ich mich direkt anmelden und es klingelt sofort auch das Telefon und ich habe jemanden dran. Und die nächsten Tage dann auch. Also von daher lässt sich das hier einfach besser für so einen YouTube-Kanal auch ansteuern. Die anderen Betrüger versuche ich natürlich auch immer wieder ins Netz zu bekommen. Was allerdings nicht so einfach ist. Die rufen halt einfach gerade nicht an. Da kann ich dann auch nichts machen. Ich versuche es immer wieder, melde mich überall bei diesen tollen Gewinnspiel-Plattformen an, wo man dann mit einem Stromvertrag hinterher rechnen kann. Aber das klappt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Schade einerseits. Andererseits ist es doch ein positives Zeichen, weil wir merken, naja, diese Betrugsmaschen, die fruchten einfach nicht mehr so und die Leute lassen sich da sicherlich auch nicht mehr so verarschen. Die Betrugsmaschen sind ja auch schon viele, viele Jahre alt. Und von daher können wir hier vielleicht mit einem weinenden und einem lachenden Auge drauf schauen. Einerseits sind sie weg und wir sind sie los. Andererseits gibt es da natürlich dann auch nichts mehr als Unterhaltung großartig. Sicherlich wird sich die nächsten Jahre und Monate und Wochen auch immer mal wieder irgendwelche Maschen ändern. Ich denke, die Tradingmasche ist nicht die letzte Masche, die wir hier auf dem Kanal gehört haben. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein kleines bisschen bei der Reise des Kanals mitnehmen. Und ja, ihr habt Fragen beantwortet bekommen. Warum, wieso, weshalb? Falls nicht, schreibt es mir gerne wieder unten in die Kommentare rein. Die beantworte ich natürlich auch. Und werde euch hier dann auch wieder, soweit es geht, komplett transparent mitnehmen, wie es dem Kanal hier so geht und wie das Ganze hier so läuft. Ich bedanke mich noch einmal für euch und eure Unterstützung. Und wer möchte? Wir sind natürlich auch auf Social Media vertreten. Das heißt, bei Instagram, bei TikTok, bei Twitter sind wir, bei Facebook und ja, überall. Also mittlerweile sind wir bei allen Plattformen vertreten. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.